Hallihallo und willkommen zurück zu Portal 2 mit Bad Pokerface Gaming und Wischmobs Gaming, moin moin. Hallo. So, wir sind hier in einer lustigen Kammer mit Säurebart und ganz viel Plattformen. Genau und ganz viel Jumpmöglichkeiten. Richtig. Und ich habe, glaube ich, gerade so mal eine Idee. Also einer muss auf jeden Fall hier drüben bleiben und der andere muss fliegen. Ich spring nochmal eben rüber. Genau, ich bleib hier. So, gucke ich mir nochmal eben an. So, außer dem Flug. Moment, da kann ich kein bisschen setzen. Kommst du jetzt wieder zu mir? Ich komme wieder zurück. Hier oben kann man entzündigen. Das ist schon ziemlich richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will auch nur anhalten. Gut, so. Und zwar ist das ja, wenn ich jetzt hier angeflogen komme, dann fliege ich ja quasi dem Würfel entgegen. Ja. Ne, dem muss ich abfangen. Das heißt, wir müssen das timen. Oh. Das sah oa aus. Das war auch oa. So, das heißt, du musst den Würfel, also ne, nochmal, den Knopf. Ja, drücken, wenn du. Wenn ich auf dieses gelbe Portal zufliege. Okay, das heißt, ich muss deine Ansicht angucken. Genau. So. So. Ich bin bereit. Okay, ich versuche einigermaßen auf das Portal zu gucken. So. Hüpf. So, ich spring dann hier ab. Und dann aufs gelbe und dann... Genau. Hüpf. So. So, und drück. Das war... Zu spät. Entschuldigung. Kein Problem. Also Sache des Timings. Aua. Ich vers... Ja, alles läuft wunderbar. Danke, GLaDOS. Sie ist so sarkastisch. Ja. Deswegen mag ich sie auch ein bisschen. Was? So. Ein Versuch. Nein, keine Angst. Ich werde es nie mit einem Computer treiben. Ähm. Ich glaube, ich versuche mal anzusagen ungefähr, wann mitdrücken ist. Drück nochmal drauf. Also sag mal, wenn du drückst, dass ich ungefähr weiß, wie die fallen. Okay. Mach mal kurz. So, okay. Und ich spring ab. So, und... Drück. Äh, da war noch einen Tacken zu spät. So. Noch eher. Und drück. Ah, noch eher. So, am besten, wenn ich hier abspringe. Warte. Okay. Und drück. Noch eher. Meine Güte. Noch eher, was? Drück. Noch eher. So, drück. Oh, nein. Awesome. Awesome. So, jetzt muss ich... Warum ist mein Partei weg? Ouch. Hallo, aber immerhin haben wir einen tollen Awesome-Würfel. Ja, der da drüben hin muss. Ja, musst du jumpen, ne? Puh. Moment, ich glaube, ich muss... Ich glaube, wenn ich den Würfel jetzt zerstöre, kommt die Plattform da rum wieder raus. Oh Gott. Nochmal? Nochmal. Okay. Okay. So, Moment. Das Gelbe muss wieder dahin. So. So. Warte, ich hüpfe mal wieder rüber. Das ist fies mit der Plattform. Das ist voll scheiße. So, Moment. Und drück. Du hast schon. Ja. Das noch ein bisschen... Hab ich! Ich vers... Nein, 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 nein. Scheiße. Au. Das war wohl nichts. Das war doof. Ich versuche den gleich mal so Basketball... Wo bin ich? Ach, da bin ich. Ach, hier bin ich. Ich versuche, den gleich mal so Basketball-mäßig drüben abzuwerfen. Mach das. Und ich hüpfe da rüber. Yay, hüpf, hüpf, hüpf. Du hast, glaube ich, ein ganz gutes Auge, wenn du drücken musst. Hier sage ich mal nix. Wo ist mein... Mein Portal ist weg! Ja, das Portal war nicht mehr vorhanden. Ja. Aller guten Dinge sind 26. Eben. Und deswegen bist du auch 26. Das ist Zufall. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, das war mit Absicht. Nein. Shit. Was tust du? Ich vernichte den Basketball. Warum tust du das? Weil ich es kann. So. Und Nee, das war nix. Und komm, 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 komm. Yay! Awesome! So. Hast du? Jetzt nehme ich diesen hier. Und jetzt kannst du den... Yes! Oh Gott. Was ne schwere Geburt. Kann ich rüberkommen? Du kannst, glaube ich, irgendwie... Kannst du rüberkommen. Ich habe das Test. Aber etwas ist alles. Was? Ja, der Tanz hat ganz, ganz fiese Auswirkungen auf uns. Vor allem Tanz in der Küche und so. Ja, genau. Insider und so. GFM. GFM. Yay! Kann ich jedem nur empfehlen, diesen Radiosender. Der ist... Awesome. Der Radio-App. Radio-App. Radio.de. Oh, nochmal Gratis-Werbung gemacht hier. So sind wir. Ja, total awesome und werbefrei. Ah! Dein Test-Time-Show, du gehst zu langsam. Nein! What? What? Ja, Gefühle haben wir. Wir sehen, ob das hilft. Blue. Du bist das größte Modell des Robotens. Aperture-Science hat niemals geschlossen. Ja, aber irgendwie auch nicht. So. Ähm. Ah, okay. Wir müssen gleichzeitig auf diese Schalter da oben treffen. Ja. Ähm. Genau. Ich... Mal gucken. Ich will mal ausprobieren. Wap. Okay. Genau. Also die Zielscheibe trifft das schon ganz gut. Jetzt muss ich nur die richtige Höhe finden. So. Passt. So. So. Und dann müssen wir uns einigermaßen... Waa! Gleichzeitig drauf springen. Waa! So. Und durch. Durch, 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 durch. Tür ist offen, ne? Echt? Ja. Oster! Ich wollte halt nochmal. So. Oh. What is this? Oh, ein Leser. This is not funny. No, because it looks very... Oh, God. Complicated. Ja. Warte. Oh, God. Oh, God, oh, God, oh, God. Siehst du das da hinten? Ja, eine Presse. Mehrere Pressen. Mehrere Pressen. Ach, du Scheiße. Let's press together. Irgendwo muss doch hier noch ein Würfel sein. Hier oben ist auf jeden Fall eine Sprungplattform. Ich renne mal eben durch. Waa! Oh, mein Gott. Nee, das passt nicht. Das passt nicht. Kommt zurück. Schon da. So. Oh, mein Gott. Ähm, irgendwie muss ich ja den Laser... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Und dann muss ich dich da und da raus katapultieren. So. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Awesome! Spring! Au! Fast! Fast! Und... Halt's Maulklad aus. Ja, echt. Voll Mobbing und so. Oh, voll gemein, so. Äh, da wieder eins hin? Da wieder eins hin. So, dann warte ich jetzt auch mal eben kurz, bis die Pressung komplett durch sind. Mach das. Weil ich denke mal, du wirst dann rüber katapultiert und dann kannst du mich irgendwie, ähm... abholen. Ich hoffe so. Oder so. So, komm, 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 mach auf. Na, schneller. So. So. Sag, wenn ich springen soll. Wenn's ganz oben ist? Ah. Na. Hat nicht gereicht, ne? Ne. Wo bin ich denn? Du stehst oben auf meinem Portal. Ja. Awesome! Krass. Ey, wie cool ist das denn hier? Ich muss runter, ne? Ja. Schade. So. Geh schon mal wieder auf die Plattform? Ey. Okay. So. Und springen. Wo bin ich? Moment. Ich geh mal weg. Das hat nicht gereicht. Weil hier oben die, ähm, das Portal von dir, das muss ich glaube ich höher, oder? Geht aber nicht höher, das ist das Problem. Ähm, versuch dann mal richtig so mit Hüpfen von oben. Okay, ich versuche es. Also, ich warte jetzt nochmal eben auf die Pressen. Ja. Und dann... Geht klar. Sollte das eigentlich... Na, weil höher kriege ich das auch nicht. Boah. Presse. Presse. So. Komm, geh auf. Okay. So. Warte, 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 warte. So. Und hüpfen. Ne, da hüpfe ich drüber. Scheiße. Mann. Ich... Oh, Schock. Jetzt ist... Ach so. Danke für den Hinweis, Glados. Ja, echt. Da wäre ich nicht drauf gekommen. So. Nochmal bitte deine Portale setzen. Danke. Ah, jo. Dann warte ich nochmal eben auf die Presse. Zack. Und, äh... Zack. Danke. Bitte schön. Mann, 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 Mann. Alles eine Sache auf le Timing. Of course. Wow. So. So. Springen. Ich darf das nie, Mann. Willst du mal lasern? Ja, ich laso. So. Du musst dich eigentlich dann nur dahinter stellen und, ähm, hochheben. Ja. So. Ne. Ne. Warte mal. Ja. Ja. Also. Ja, nochmal eben auf die Presse warten. Ich muss dann nach vorne lasern, ne? Ne, du musst nach hinten. Du musst dich also dann quasi einmal umdrehen. Ja, also von jetzt aus gesehen nach hinten. Genau, genau, genau. So. Go, go, go. Ah! Genau, und durch das Portal dieses... So. Genau. Schnell! Warum geht das nicht? Weiß ich nicht. Tot. Why? Oh, die ist so evil. Wo, wo bin ich jetzt? Moment, ich muss das... Ich setze das Portal mal andersrum. Wo bin ich denn? Du bist, äh, wieder am Anfang. Ach so. Alles klar. Ich glaube, ich hatte das Portal auch ein bisschen blöd gesetzt. So, geh du nochmal drauf? Auf die Plattform? Genau, auf die Plattform drauf. Yes! So. No, your portals are gone. Please, portal again. Äh, das heißt, wo hättest du gerade? Hier? Da und... Möglichst gerade hier. Moment, ich geh da mal hier. So. Ja. Das sieht gut aus. Wah, Presse. Die Presse von heute. Genau, furchtbare Presse. Presse, Leute. Ja. Alles ohne Ausweis. So. Boah. So. So. So, warte. So, bis oben. Ja, ich springe... Wah! Yay! Hat funktioniert! Ich lauf weg. Wo bin ich? Ach, die Presse haben sich deaktiviert. Ah! Nicht lasern, hallo! I'm a fire in my laser on. Das heißt, ähm, das lag einfach nur daran, dass das Portalfall drum war. So. Okay. So. Die ist insertiert mit der Würfel. Ach, ja. Uff. Außer. Ah, durch, 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 durch. Scheiße. Sind wir beide jetzt. Ja. Das hat jetzt so ein bisschen was, äh, Slapstick-mäßiges. Irgendwie schon, ja. So, beide wollen gleichzeitig durch die Tür und, äh, ne. Crushed. So. Wollen wir das Ganze nochmal. Vorsicht, Laser. Don't run into that laser. It's bad for the eye. Aber da brauche ich keine Kontaktlinsen mehr. Ich weiß, ich weiß nicht, ob dieser Laser das, das tut. So. Stell dich schon mal an die Tür. Upp. Open that door. Schnell durch, 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 durch. Nein! No. Ich bin schon mal drüben. Ja. Ich warte dann auf dich. So, komm, 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 komm. Ganz schnell. Das hat nicht funktioniert. Mööö. Ich guck mir das mal mit der, mit der Cam an, was du so machst. Hööö. Schnell. Doof. Komm zu mir. Yes. Nein. Autsch. Oh Gott, was tust du? Du, du hast da auch nichts, ne, da war auch nichts, was du mir portalmäßig setzen könntest, ne? Hier? Nö. Ne, ne. Alles schwarze Wände. Doof. Komm, Dan, ich warte auf dich. Ich bin schon auf dem Weg. Okay. Ähm. Moment, komm, ich, ich komm auch auf dem Schalter aus, ne? Ja. Autsch. So. Guck, 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 guck. Nö, 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 Querschläger. Ja. Und. Höh. Lauf, 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 lauuu. Nein. Wenigstens nicht gestorben. Das ist schon mal viel wert. Eben. Ähm. Ich bin doch blöd. Warum? Moment. Ne. So, und da gelb. Und. Ja, das macht Sinn. Oh Gott. Boah. Willkommen nicht. Die Lösung war wieder viel zu einfach. Ich denke, nach diesem Display, sollten wir einen Break von den offiziellen Testkursen nehmen. So. Was? Also, Break ist schon mal gut. Ja. Nö, also, äh, würde ich sagen, sobald wir gleich auskommen, machen wir einen Cut. Genau. So. Oh mein Gott. Ja. This was, äh, complicated. Yes, bitch. Aber wir können ahnen, dass das so anders ist, wenn man das Portal einfach um 180 Grad dreht. Tja. Da sieht man was. Also, mal ganz im Ernst. Das kann doch nie sein. So. Dum, dum, dum. Da wären wir. Oh. Oh, das sieht schon aus wie Saw. Oh no. Oh Gott. So, ja. Ja. Und hier machen wir einen Cut. Genau. Und das seht ihr alles in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Und tschüss. Vielen Dank.